Hallo meine Freunde, willkommen zu euch zu einer Runde, der Sacko, Alpha, offen, für alle, jeder der will, einfach das Sacko auf Steam suchen, ah, auf, Entschuldigung, Epic Launcher suchen und los geht's. Schau mal. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ist das mit da, mit der Steuerung da, ein bisschen agram für mich gerade. Irgendwie teilweise, das ist viel zu schnell, aber. Erzähl ich wieder mal einen Punkt, sehr gut. Ich hab die Waffe gemodet, die erste, die jetzt hätte ich in der vorigen Runde gebraucht, die sehen sie nicht, die war nicht so toll, da hab ich's verpeilt. Oh mein, das ist jetzt nicht so eine Szene, die bei mir super toll ist, aber. Das wäre halt, wie in der Bohrer. Das ist überhaupt wohl ein Bohrer. Naja. Irgendwo müsste, glaube ich, ein Drill sein. Das ist ein kleines Viech, der mitgenommen ist, passt. Ja, das probiert, mal kurz anäumen, probieren. Ja, ich hab keine Pilze. Eine Energiezeile. Und noch was tolles zum Mitteln. Ich weiß noch nicht noch für die, ah, für die, für das Geschütz, brauchst du irgendwelche Ressourcen, die findest du in verlassenen, menschlichen Gebäuden. Das ist halt so eine Sache, wo ich halt gern... Oh. So. Manchmal in die Container, ah, hier. Nein, du Arschloch. Unendiges. Das ist, weil ich mit die Coralife recht langsam bin, aber für ein bisschen mehr Aushalt, aber das ist irgendwie nutzlos, wenn ich da nix krieg, die halbe Zeit. Geht zu dem da. One of our laser drill platforms will be arriving soon. Make sure you're in the middle of the room. Okay. Laser plattform arriving soon. Da unten? Da würde er herkommen. Na, da ist er. Ah, I think we need more minerals this time, Prospect. Come on, over here. I see one of him. I see one of him. Blazer drill. Los! Now put that thing to good use. Was ist die Frage? Der kommt langsam. Warum bugge ich denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den alleine nicht bugge. noch ist Kanada außer mir. Laser drill aktiviert. Please keep the area clear. Check me out! Check me out! Leute, er könnte zurück herkommen. Ich kann das alleine nicht halten. Hier unten kommt's Herder. Es wäre so laut, wir haben den alleine, gehört nur uns. Na, ist wachbierdeln, wir hätten den kompletten Bohrer für uns. Was ist denn da? Oh, fliegt halt. Was ist das Fahrzeug? Was ist das Fahrzeug? Was ist das? Was ist das Fahrzeug? 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 Ich helfe ihm jetzt eh schon. Was ist das Fahrzeug? Ich weiß nicht, hier wird es gleich herkommen, wie das Fahrzeug wird. Was ist das Fahrzeug? Was ist das Fahrzeug? Jetzt geht's, haben wir zwei da. Jetzt wird der Sensor besser. Was ist das Fahrzeug? Jetzt wird der Sensor besser. 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 Wir haben ja nichts mehr. Wow! Ich denke, er geht wieder drauf. Ja! 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 So deppert, die Talschlage war auch mal cool. Ne, es warfbierne da vorne, Alter. Wieso kommt ihr nicht mit? Helfen! Puh! Puh! Come on! Over here! Jetzt kommt ihr Wahnsinnig! Over here! Oh, jetzt hüpfe ich sie mit. Na, wenigstens einer ist intelligent und fliegt mit. Danger! High Voltage! Okay. Die wär schon fast mal cool. Was geht sich noch immer nicht aus? Warum kommen die Wahnsinnigen nicht nach? Es ist Idioten da! Ja! Check mich raus! Hey! Come on! Over here! Gehen wir zum Nerv, der Hammer! Das ist das geilste Gefährt da und dann kommt keiner! Das ist das geilste Gefährt! Das ist das geilste Gefährt! Ich war so gerne wahrscheinlich schon am Arsch jetzt mittlerweile, aber das muss ja schon bald sein. Oh shit, das wäre praktischer. So, wir werden wieder neue, wir werden wieder neue aktivieren da, gell? So, wir werden wieder neue, wir werden wieder weiter. So, wir werden wieder weiter. So, wir werden wieder weiter. Das war's für heute. Ah, da bereich ich dich jetzt wirklich den Geschützturm schon. Okay, mit dem kann ich nicht wirklich umgehen. Da bereich ich dich Proximit. Das haut's auch nicht hin. Ja, wir fliegen ja eh da rauf. Wo landet denn der jetzt wirklich, ich seh das gar nicht, egal, wir gehen. Ja, das geht. Das geht. Das geht. Die wollen alle weg, das sind komplett komische Vögel. Granatwerfen ist ein wenig wie auch ein Scheiß, echt. Das ist ein wenig wie auch ein Scheiß, das ist ein wenig, das ist ein wenig, das ist ein wenig, das ist ein wenig. Runde. Ich dachte, wenn sie mich am Anfang ein bisschen im Stich lassen haben, meine Mates, beim Bohrer zumindest im Stich lassen haben, aber 18 Mal kommen, das hat schon was rausgeholt, oder? Los, 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 jawoll! Her mit allem! Sieg, auch noch viel EP, oh, noch mehr, ich bringe noch mehr EP haben. Da kam schon noch was dazu. Okay. Naja. Hatte sich gar nicht mies ausgeschaltet, das ist wirklich cool. Also ganz ehrlich, geile Runde. Geile Runde. Ich brauche nach wie vor, aber ich will das Geschütz Stufe 6. Ich habe das eh nullmal. Das Geschütz braucht eh einiges, dass man das kriegt. Und wenn du mal die Kids durchschaust, was die jetzt können eigentlich, sind mir immer interessieren. Größerer Gesundheitsfahrt, schneller Regeneration, halten den Sprung, dann läuten den hohen Sprung auf, gut, das ist egal. Das ist eigentlich cool, das Teil. Auch wenn es jetzt nicht mehr so nützlich ist wie vorher, weil dieses Fliegen, Fliegen kann jetzt in jeder Charakter anscheinend, aber der Sturzflug ist geil. Gut. Weitere Runden folgen. Spätestens bei einem Inhaltsupdate, dass nicht immer das Gleiche ist. Es kommen mir ständig Patches da her, die Gemi brav, Bescheid per E-Mail, das ist der Wahnsinn. Das ist ein guter Entwickler, Jager. Kennt man. Ich glaube, es ist ein deutscher Entwickler, wenn ich mich nicht täusche. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut's wieder rein, bei was auch immer. Es ist immer lustig. Ich würde mich freuen. Ganz egal. Einfach rein schauen und wir spielen Jimmy Cool. Nein, Wolverine mit den Dinger da. Passt. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und Ciao. Tschüss.